Ja, hallo. Hier bin ich an einer superchartigen Station bei Bühle. Bühle, auch neben Gruyère, gelegen, ist an der Autobahn zwischen Genfersee und Bern. Hier sind acht CCS-Ladesäulen und die Lage in diesem Industriegebiet, diese Station hier ist nicht gerade in einem wunderschönen pittoresken Gebiet gelegen, aber was das Laden betrifft, ist es hier eine tolle Lage. Denn vorher, gerade für die Leute, die in die französisch-schweizer Alpen fahren wollten, war das mit Superchargen relativ dünn gesät. Es gab einen in der Nähe, oder gibt es immer noch in der Nähe von Bern, eine andere dann in Martigny, im Wallis oder in Lausanne. Und diese Station hier füllt also ein wenig die Lücke an Ladestationen. Gut, jetzt hier am frühen Abend sind hier nicht allzu viele Autos. Wie man sieht, hier daneben gibt es auch noch Platz für zukünftige Ladesäulen. Wie immer werde ich auch hier die Drohne steigen lassen, um einen kleinen Rundumblick zu zeigen. Dafür die Verpflegung und Toilette gibt es dieses Restaurant. Allerdings ist es im Moment geschlossen wegen Sommerferien, allerdings nur zwei Wochen lang, Mitte August, machen die wieder auf. Wie ich eben schon sagte, jetzt lasse ich mal die Drohne steigen für den Blick von oben. Wenn euch dieser Film hier gefällt, dann drückt doch bitte den Like-Button. Oder noch besser, abonniert den Kanal. Auf meinem Kanal befasst sich eine meiner Playlists nur mit Supercharger-Stationen in diversen Ländern. Also könnt ihr gerne mal reinschauen, vielleicht gefällt hier euch der eine oder andere Clip. Es gibt wirklich zum Teil sehr interessante Supercharger-Stationen für mich. Nach wie vor die interessanteste und schönste neben einem Schlosshotel in Frankreich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.